Hallo liebe Gäste und herzlich willkommen auf MS Deutschland. Schön, dass Sie sich für unsere Kabinen interessieren. Ich bin hier in der Kabine 5001 auf dem Kapitänsdeck der MS Deutschland. Sie können sich gerne in unserem 360 Grad Video umschauen und vielleicht sehen wir uns dann ja bald. Ich bin hier in der Kabine 5001 auf dem Kapitänsdeck.